Ja, ich stimme zu, es war ein wunderschöner Tag, aber ich darf euch versichern, das was wir heute erlebt haben, ich erlebe so unseren Alltag. So läuft unser Familienleben seit Jahrzehnten. Das war jetzt nicht eine Show, wir erleben es jetzt einfach seltener, oder? Die Woge, das Singen, das können wir täglich erleben, in dieser Stimmung, in dieser Freude, wie wir es heute erlebt haben, ich bin sicher, dass eure Familie genau in dieser Stimmung bleibt. Wir durften jetzt zusammen mit der OCG drei Tage verbringen, hunderte von Menschen haben sich engagiert, es war ein Traum, es war eine Wucht, euch zu spüren, wie jedes Wort ausgesaugt wurde, wie Kindlein an der Brust der Mutter, ist einfach, ich sage, das ist der Himmel auf der Erde, das kann man nicht mit Worten beschreiben, das muss man erleben. Und ich bin stolz, Teil der schlimmsten Sekte Europas zu sein. Ja. 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 ein Ende. Ich danke euch allen, allen voran den Techniken, die die ganzen Tage hier Stunden, Stunden geschnitten haben. Ein Wunder der Technik. Jetzt hat es eine kleine Panne gegeben. Das zeigt aber nur wie wunderbar, dass es die ganze Zeit funktioniert hat. Wir waren so viele Stunden zusammen. Ich werde sie als die schönsten unserer Gemeinsamkeit in Erinnerung behalten. Ein neuer Höhepunkt. Euch haben wir gesegnet, ja. Ich wünsche euch den nötigen Segen für die Rückreise, für das Abschließen der ganzen Sache hier. Und wir werden uns wieder sehen, wenn Gott mit uns ist. Ich befehle jetzt auch nochmal die ganze Konferenz, die wir hatten. Schließen wir nochmal im Gebet. und wir danken dir, Vater, für dieses Wunder des Zusammenseins. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Du in uns und wir in dir. Das ist das Leben. Gott, mit deinen ganzen Tugenden, mit deiner ganzen Tüchtigkeit, mit deiner ganzen Fähigkeit wirst in uns wohnen und wohnst in uns. Herr, das zu erleben, wie du aufbrichst in den Menschen, mit all deiner Liebe, mit all deiner Gesamtgerechtigkeit, mit all deiner Weisheit, ist einfach nicht zu beschreiben mit Worten. Wir haben diese Tage von dir bekommen. Es war ein himmlischer Genuss und wir geben dir alles wieder zurück. Danke dir für dieses neue Ehepaar, dass du sie segnen wirst, fruchtbar machen wirst und einen neuen Teil, neues Kapitel des Himmels auf der Erde eröffnest damit. Wir befehlen dir all diese Menschen an. Wir sagen, der Herr segnet dich und der Herr behütet dich. Der Herr lässt dir sein Angesicht leuchten und begnadigt dich. Der Herr hebt sein Angesicht auf dich und leg dir Frieden. Er selber schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. In Jesu Namen wir danken dir, Papa. Amen. Amen. Also bis ein andermal wieder. Danke für alles. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ja. Tschüss.